Überraschend, die Arminia aus Bielefeld, immer noch das einzige Team der dritten Liga, das tatsächlich noch nicht verloren hat. Fünf Siege in Serie sind zudem eine beeindruckende Marke und sechs Tore aus sieben Saisonspielen, auch ein schönes Ergebnis für Fabian Kloos. Aber Robert Hunke an das letzte Spiel beim heutigen Gegner in Unterhaching vor ziemlich genau fünf Monaten, da haben Kloos und alle anderen Bielefelder eher Albtraum-ähnliche Erinnerungen. Zum Ende der letzten Saison verlor die Mannschaft von Stefan Krämer hier mit 0 zu 5, verlor dabei mit Gelb-Rot auch noch ihren Torjäger. Fabian Kloos, der ist heute natürlich wieder dabei, mit seinen sechs Treffern bisher, ist er der wichtigste Spieler des Tabellenführers. Bielefeld hat seit über drei Monaten kein Fußballspiel mehr verloren, Haching hingegen zuletzt mit zwei klaren Niederlagen, entsprechend früh hier auf Wiedergutmachung aus Florian Niederlechner, dritte Minute. Bielefeld hat den höchsten Etat der Liga, Haching den niedrigsten und dennoch geben die Bayern hier in der Anfangsphase den Ton an. Es dauert eine knappe Viertelstunde, bis hier Bielefeld mal kommt, bei richtig fiesem Herbstwetter im Sportpark. Testrot auf diesen Fabian Kloos. Es ist ein hart geführtes Drittliga-Match, exemplarisch diese Aktion hier zwischen Bielefelds Testrot und Hachings Markus Schwabel, da schaut der Vater schon mal genauer hin, Manni Schwabel, Ex-Bayern-Profi und heute Präsident in Unterhaching. Es ist eine Partie, die auch viel Erlauf hat. 35 Minuten schon gespielt, die Ostwestfalen sehr, sehr passiv, Haching hingegen ballsicher. Und wie, da kommt Dominik Rohacker, 1-0. Bielefelds Pomadigkeit wird bestraft. Weil sie Hachings Direktspiel nicht zustellen und die mit einem Kontaktfußball zur verdienten Führung gelangen. Die Gastgeber haben aus den letzten zwei Spielen 0 zu 6 Tore mitgenommen, zeigen sich davon aber völlig unbeeindruckt hier. Das ist Markus Schwabel auf Maximilian Welsmüller und der mit einem Herbstspaziergang durch die Bielefelder Abwehrfetzen. 2-0. Was ist denn hier los? Nur 3 Minuten nach dem ersten Tor. Bielefelds Marcel Abwehr hat zwei Gegenspieler, das ist einer zu viel. Er muss auf den Ballführenden, zu spät dran und auch Platins im Tor sieht kurz vor der Pause unglücklich aus. Die beiden hier nicht, trotz des gefühlten Herbstbeginns in Oberbayern. Die zweite Halbzeit braucht 10 Minuten, um ins Rollen zu kommen. Die Arminia, hier erstmal auch pomadig, dann aber mal eine Tempoverschärfung. Hier hat und da ist Fabian Klos. Tor! Anschlusstreffer in der 56. Minute. Und auch wenn die Kamera den Vorlagengeber einfängt, die Fans, die mitgereisten aus Bielefeld, freuen sich natürlich vor allem über den siebten Saisontreffer von ihm hier, von Fabian Klos. Der Führende der Torjägerliste hat da alle Zeit der Welt und dann gibt ihm. Bielefeld jetzt mit Aufwind, zwei Minuten später. Eckstoß Stefan Salga beim Standard und da ist Marcel Abwehr. Ausgleich, zwei, zwei. Wahnsinn, mit wie viel Willen der Tabellenführer hier rankommt wieder in der zweiten Hälfte. Die zweite Halbzeit ist der Führende der Führende der letzten Hälfte. Die beiden sind aber zufrieden. Danach scheinen beide mit dem Punkt aber zufrieden. Es passiert nicht mehr viel. Schluss für den ausgepowerten Klos. Für ihn kommt Eric Agimond. Und mit dem frischen Mann will Bielefeld hier plötzlich mehr. 87. Minute schon. Schönfeld auf eben diesen Eric Agimond. Das junge Team von Haching will jetzt aber auch mehr. Bielefeld aufgeräumt. Starker Pass, das tut jetzt natürlich weh. 89. Minute Manuel Fischer. 3-2 gibt es nicht. Die erneute Führung für die Gastgeber durch den eingewechselt. Manuel Fischer, kein Abseits. Ist das bitter für die Arminier. Aussichtslos zurückgelegen. Wiedergekommen. Und dann doch die erste Saison-Niederlage kassiert. Erste Niederlage also für Arminia Bielefeld. Aber, oh Wunder, sie bleiben trotzdem ganz oben in der dritten Liga. Und eigentlich hatten wir an der Spitze ja von Anfang an den Zweitliga-Absteiger aus Aachen erwartet. Aber für die Alemannia, da fehlt...